Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Löwe, heute könnte dich ein entmutigender Anruf herausfordern, der möglicherweise mit einem vorübergehenden Rückschlag in einem deiner Projekte zu tun hat. Diese Nachricht könnte dazu führen, dass du dich mit kleinen, aber lästigen Details beschäftigen musst, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, als dir lieb ist. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass solche Rückschläge oft Teil des Weges zum Erfolg sind. Bleib widerstandsfähig und lass dich von Frustrationen nicht aus der Ruhe bringen. Du kommst weiterhin gut voran, dies ist nur ein kleines Hindernis auf dem Weg. Die Planetenkonstellation des heutigen Tages bringt eine mystische Energie hervor, die deine spirituelle und sensible Seite wecken kann. Dies ist ein günstiger Zeitpunkt, um dich tief mit deinen Gefühlen und deinem Inneren selbst zu verbinden. Herausfordernde körperliche Aktivitäten, wie ein langer Lauf, können überraschend erhebend und emotional befreiend sein. Das hilft nicht nur, die körperliche Gesundheit zu erhalten, sondern kann auch positive emotionale Reaktionen hervorrufen. Außerdem birgt diese Zeit das Potenzial für romantische Entwicklungen. Das spirituelle und emotionale Erwachen, das du erfährst, kann deine Beziehungen verbessern und zu einem tieferen Gefühl der Verbundenheit und des Verständnisses führen. Im Beruf solltest du offen für andere Sichtweisen und Strategien sein. Auch wenn deine Ideen wertvoll sind, ist es von Vorteil, die Weisheit und Techniken anderer anzuerkennen und zu integrieren. Das kann verhindern, dass deine Ressourcen unnötig aufgebraucht werden und kann zu innovativeren und effektiveren Ansätzen führen. Wenn sich die Sterne im Jahr 2024 ausrichten, könnten sie sich auf eine Reise des Herzens begeben. Für die Singles flüstert der Kosmos von neuen Anfängen, bei denen die Möglichkeit, einem Partner zu begegnen, heller denn je funkelt. Sei offen für die Winde des Wandels, denn sie können dir jemanden bringen, der mit deiner Seele im Einklang ist. Wenn du bereits verliebt bist, sagen die Sterne eine Vertiefung der Beziehung voraus. Dies ist ein Jahr, in dem du deine Beziehung pflegen kannst, um durch gemeinsame Erfahrungen und gegenseitiges Verständnis näher zusammenzuwachsen. Egal, ob du eine neue Liebe eingehst oder eine bestehende bereicherst, das Universum scheint sich zu verschwören, damit deine Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Mach dir die Magie der Verbindung zu eigen und lass dich von der Liebe leiten. Da Jupiter heute direktläufig wird, herrscht ein übergreifendes Gefühl von Positivität und Optimismus. Diese kosmische Verschiebung kann dazu beitragen, dass du dich wieder auf deine Ziele konzentrierst und dich daran erinnerst, was im Leben wirklich wichtig ist. Das Quadrat zwischen dem Löwemond und dem rückläufigen Uranus im Stier deutet jedoch auf mögliche Herausforderungen in der persönlichen Entwicklung hin, vor allem wenn dich frühere Erfahrungen zurückhalten. Nutze diese Zeit als Chance für deine persönliche Entwicklung und finde den Mut und die Kraft, ein produktiveres und erfüllteres Leben zu führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du, Löwe, heute dazu aufgerufen bist, kleinere Rückschläge zu verkraften, deine spirituelle und emotionale Seite zu akzeptieren, bei der Arbeit offen für andere Ideen zu sein, Geduld bei der Lösung von Liebesproblemen zu haben und die optimistische Energie des Jupiters für dein persönliches Wachstum zu nutzen. Denke daran, dass Herausforderungen Gelegenheiten sind, um zu wachsen, und dass ein ausgeglichener und positiver Ausblick der Schlüssel ist, um die Komplexität des Tages zu meistern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Taro-Karten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Umgekehrte Stärke deutet auf einen vorübergehenden Mangel an innerer Stärke oder Selbstzweifel hin. Sie kann auf eine Phase hinweisen, in der du dich weniger selbstbewusst fühlst oder Schwierigkeiten hast, Herausforderungen zu meistern. Für den heutigen Tag rät dir die Karte, dir der Momente bewusst zu sein, in denen dein Selbstvertrauen schwindet. Es ist wichtig, dass du dich darauf konzentrierst, deine innere Stärke und dein Selbstvertrauen zu stärken, wenn du dich Hindernissen stellst. Die Zehn der Schwerter ist eine Karte, die das Ende einer schwierigen oder schmerzhaften Situation symbolisiert. Sie steht oft für das Erreichen eines Punktes, an dem du eine bestimmte Last nicht mehr ertragen kannst und es an der Zeit ist, loszulassen und eine Veränderung zuzulassen. Heute deutet die Zehn der Schwerter darauf hin, dass du vielleicht am Ende eines herausfordernden oder belastenden Zyklus angelangt bist. Es ist ein Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, loszulassen, was dir nicht mehr dient, und sich auf einen Neuanfang vorzubereiten. Der Bube der Münzen ist eine Karte der neuen Möglichkeiten, der Praktikabilität und des Lernwillens. Sie steht oft für einen jungen Menschen oder einen Neuanfang im materiellen oder schulischen Bereich des Lebens. Heute ermutigt dich der Bube der Münzen dazu, neue Chancen zu ergreifen, auch wenn du dafür ganz von vorne anfangen musst. Sei offen für das Lernen und erforsche mit Begeisterung praktische Möglichkeiten. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag hin, an dem wir das Ende einer herausfordernden Phase anerkennen und uns auf einen Neuanfang vorbereiten. Die Karte umgekehrte Stärke unterstreicht die Notwendigkeit, innere Stärke und Zuversicht wiederzulangen. Die Zehn der Schwerter steht für das Ende einer schwierigen Situation und damit für eine Chance zur Erneuerung. Der Bube der Münzen steht für die Offenheit, sich auf neues Lernen und praktische Erfahrungen einzulassen. Konzentriere dich heute auf den Aufbau deiner inneren Stärke und erkenne, dass du das Ende einer schwierigen Phase erreicht hast. Ergreife neue Möglichkeiten mit Begeisterung und der Bereitschaft, von Grund auf zu lernen. Indem du loslässt, was dir nicht mehr dient, und neu anfängst, kannst du den Weg für eine hellere und vielversprechendere Zukunft ebnen. Untertitelung des ZDF, 2020